Du hattest ein klares Bild von jemandem, hast die Person getroffen und dachtest danach, ich dachte, die ist komplett anders. Ich sag's mal so, Toni Kroos. Ich hab ihn hier getroffen und jetzt in Madrid. Zwei verschiedene Menschen sind das. Also wirklich, ich hab wirklich über ihn anders gedacht, vorher hier beim DFB, weil er war halt immer ruhig und alles. Aber dann, wo ich jetzt bei Madrid bin, sehe ich einen Toni, das ist Wahnsinn. Er ist offen, er ist hilfsbereit. Das sind Sachen, die habe ich hier so nicht so von ihm gesehen. Und er ist lustig. Er ist wirklich lustig. Also wenn er einen drückt, dann bin ich auch immer am Lachen. Also bei ihm wirklich, da muss ich sagen, wow, den habe ich falsch eingeschätzt.